Ich bin Kathi Beierl, 25 Jahre alt, komme ursprünglich aus Niederösterreich, wohne aber derzeit in Innsbruck. Seit 2014 bin ich Pilotin im österreichischen Pop-Nationalteam. Meine größten Erfolge waren Junioreneuropameistertitel, vier Siege im Europacup und ein fünfter Platz im Weltcup. Natürlich auch die Teilnahme bei den Olympischen Spielen. Mein großer Traum ist, bei den Olympischen Spielen 2022 eine Medaille zu holen. Ursprünglich komme ich aus der Leichtathletik, bin schon ein bisschen geprägt durch meine Eltern, meine Mutter Hürdenläuferin und Weitspringerin, mein Vater Hammerwerfer. Meine Mutter war selber in Seoul bei den Olympischen Spielen und seit ich klein bin hängt die Urkunde von der Teilnahme auf unserer Toilette strategisch gut platziert. Da hat sich schon der Traum manifestiert selbst mal bei den Olympischen Spielen teilzunehmen. 2018 haben wir es dann endlich geschafft. Aber das Ziel ist größer, die Medaille soll 2022 her. Ich bin froh, mit Cuperia einen Unterstützer gefunden zu haben, um diesen Traum wirklich verwirklichen zu können. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.